Leute, was geht? Ich bin heute euer DJ Ben, Kollege Ben und heute dabei ist zum ersten Mal... Wattes, hallo. Ja, wir bauen von unserer Karnevalsfeier ab. Wir hatten uns ganz vergessen zu filmen während der Party. Ja, ja. Wie gesagt, wir bauen jetzt noch ab. Schönes Lichtschrei. Ja. Und wir kam, ich zumindest, kam auf die beste Idee. Wir hatten kein Gebläse hier. Hier war Konfetti-Party allen. Und da dachte ich mir, komm, ein Gebläse ist doch auch gebläse. Können wir doch machen. Ja, dem X-Kabel-Trommel gehört mir nicht. Gehört Theo Sofflingers. Ich verlinke euch den mal vielleicht. Mal gucken, ob ich... Ich weiß nicht, wie das geht. Aber wir haben ganz gut aufgebaut, ne? Ja, und man sieht mal, wie viel Konfetti wir verschwindet haben. Hat ja nur 89 Cent gekostet. Ist okay. Wo hast du das eigentlich gekostet? Marke darf ich leider nicht nehmen, sag ich dir nach dem Video. Wie denn auch sei, Kabeltrommel gehört nicht uns. Machen wir eben nicht hier an. Wie gesagt, die gehört nicht uns, aber... Wunderschön. Mit dem X drauf. Wie gesagt, das gehört Theo. Und die war nicht teuer, ne? Ne, ne. Ein paar 200 Euro hat das auf jeden Fall in sich. Ne? Vor allen Dingen verbaut. Wie gesagt, meine Kisten sind jetzt nicht so professionell. Vergleich zu meinen hier, ne? Mit riesen Taschen. Aber ich hab da drin ordentlich was drin. Hauptsache, man kann's verpacken. Ganzes Setup werden wir irgendein andermal noch machen. Also hier kann man sehen, hat Ben gerade noch so gefilmt. Ich kann leider nicht die Häuser zeigen, so richtig. Aus dem Grund. Also... Oh, nein, nein, nein. Also... Hier ist halt... Das ist alles da drin. Also manchmal. Und da drunter haben wir halt noch so... Mushroom. Aber zu meinem ganzen Setup wird noch ein Video kommen. Da war das Konfetti drin. Bis oben hin, ne? Aber... Ja, ja, das war alles voll. Ja, wir haben jetzt nicht so professionell mit PA. Aber hier waren dann zwei Lampen. Haben auch zwei Nebelmaschinen. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. So, da melden wir uns auch wieder. Wir haben eigentlich drei Nebelmaschinen. Und die muss noch mein Kollege reparieren. Da ist irgendwas mit der Fernbedienung nicht. Genau, die hatten wir heute ein bisschen... Na, Spaß, ich bin's gewöhnt. Die haben wir heute benutzt. Und die hier. Und da oben ist noch eine Wasserpumpe. Ja, mit... Genau. Ja. Und dann melden wir uns wieder an das Location. So, dann haben wir noch hier so eine Lichterkette, wo wir ein Logo verkauft haben. Weißt du, was die zeigen wir mal? Ja, warte, die zeigen wir mal. Obwohl wir es eigentlich nicht dürfen. Ausnahme ist okay. Ein bisschen Werbung. Das sind unsere Stickers. Also DJ7 steht drauf mit so schönen Parkern. Ja, das sind meine Finger. Die sind ziemlich hässlich. Ja, man muss mir denken, meine sind auch ganz schön dreckig. Weil ich gerade... Ja, guck, ich fresse. Meine Fingernägel sind einfach so kurz. Ja, das ist bei mir auch so. Genau. Wie dem auch sei. Dann hatten wir... Hatte ich hier so eine kluge Idee, einfach mal aus der Küche Strom zu nehmen. Und dann einfach hier rüber gespannt. Warte aber jetzt mal ganz kurz. Wem mögt ihr am liebsten? Todd, Peach, Mario oder Luigi? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, gut. Wir bauen uns jetzt ab. Und wir melden uns hier in eurem Blick nochmal. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir haben jetzt schon Absperrungsband abgemacht. Bisschen weiter geföhnt. Ja, aber nicht viel. Ja, jetzt haben wir... Nebelmaschinen haben wir ja schon. Kabel alles weg hier. An der Seite. Ja, zumindest die Grundkabel. Hier ist auch noch. Ja, ja. Jetzt bringe ich schon mal mein Stativ weg. Und wir müssen uns beeilen, denn es fängt an zu rechnen. Das hier ist mein Stativ. Und vor allen Dingen, man muss bedenken, mal eben, gleiche Marke, gleiche Marke. Alles schön von Showlight. Richtig gut. Ich sag euch, wenn ihr mal DJ sein wollt, oder so, kauft euch Marken. Kauft euch Marken, wie American DJ, Showlight, oder auch so. Sterbel. Sterbel ist auch gut. Und man muss bedenken, jetzt muss ich wieder so lachen, OMEN Events, falls ihr das kennt, die sagen nicht immer Sterbel, sondern Ster-weil. Ja, OMEN Events ist wirklich cool. Müsst ihr mal vorbeischauen. Ja. Alles klar, so. Wir müssen weitermachen. Es fängt an zu regnen. Dann müssen wir noch zum Edeka. Tschö. So Leute, wir sind gerade in Eile, wir müssen nach wo hin. Ähm. Wir haben ja schon mal das meiste weg und wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich bring jetzt teilweise schon Sachen hoch und deswegen muss ich leider jetzt auch das Video beenden. Wir melden uns nochmal, wenn wir alles fertig sind. Abend. Haut rein, Leute. Tschau. Tschöööööööööch. Bis zum nächsten Mal.